Na, akrobatik, das wäre ja so, konstant und mitflaggen und so, ja. Ja, toll. Und Musik magst du ja? Ja. Musik magst du? Richtig, gute Musik? Hautrock. Ah, drauf. Du kommst ein bisschen zu spät, wie gesagt, vor, wann war ganz in Roses hier in Köln? Ja, als sie anfingen, das Mönger-Sorfer-Stadion wieder aufzubauen, nicht? Das ist jetzt eine Woche oder 14 Tage, war ganz in Roses hier. Aber ich mache ein Musik-Quiz mit dir. Was? Ein kleines Musik-Quiz. Ja. Machen wir? Wollen wir zusammen machen? Ja. Komm mal mit, komm mal mit, machen wir folgendes. Wir beide gehen jetzt mal hier hin und bleib mal hier so stehen und dann gucken wir beide mal in den Vorhang. Ja. Ja. Da ist für eine musikalische Darbietung, nenne ich es mal, die Bühne schon aufgebaut. Ist doch kein Musiker, nichts zu sehen. Okay. Und dann versuchen wir mal aus dem Bühnenbild auf das zu schließen, was da möglicherweise kommt. Wollt ihr was versuchen? Ja. Raten, nicht? Raten. Raten, raten. So, guck mal drunter, kannst du was sehen? Sieh nicht. Hier nimmt man schön den Kopf hoch. Das ist unfair, die Zuschauer zu Hause auch nicht. Geh mal hoch hier. Das ist mir hier, da kann ja jeder gucken. Einmal noch gucken. Einmal noch gucken. So, reicht, 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 reicht. Mit T. Du hörst gerne Musik. Ja. Wie sieht denn bei dir zu Hause dein Schallplattenschrank so geordnet aus? Hast du ihn alphabetisch geordnet? Nein. Nicht, nicht. Also wenn man jetzt sagen würde, hast du CDs? Mein Bruder, ich habe keine CDs. Also hat er diese auf dem Stapel? Welche liegt oben drauf? Was spielst du so am liebsten? Bon Jovi. Bon Jovi. Ja, was käme als Nächste? Ganzen Roses. Ganzen Roses, richtig. Was käme als Nächste? Irgendwas, was im Alphabet ganz vorne steht. Die Batsche Spatzen. Die Batsche Spatzen, richtig, genau. Sag mal, wenn ich dir einen Titel nenne, einen Titel nenne, Dark is the night for all, sagt dir das was? Aha, was sagt dir das? Wenn ich so richtig sage, weißt du, ich sage dir den Titel, Dark is the night for all, und du sagst einfach, aha. Aha. Sag nur mal. Aha. Oder wie würdest du den Namen aussprechen? Aha. Aha. Du meinst die Musikgruppe Aha? Ja. Die weltbekannte Gruppe Aha? Aha. Für dich jetzt hier. Aha. Hier sind sie, bitteschön. Ja, ich bitte. Ja, ich bitte. Ja, ich bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020